Okay, das war's wieder von Mixery Raw Deluxe, Battletime. Bis zum nächsten Mal. Okay, gib mir ein Beat. Das war die Sendung, keine Verschwendung. Mixery Raw Deluxe, auch wenn ihr eure Papp ganz zückst. Wir haben zu verlosen, fünf Deichkindplatten. Bitte ziehen sie durch, was bist du für ein Nacken. Und der Sleepwalker legt noch ein T-Shirt drauf. Und das heißt alles aus Crew, also pass mal bitte auf. Dies ist der Gangsterwagen und ich zieh's weg wie in Corona. Denn wir fahren heute durch, durch Albon. Halbung, halbung, habe, ha, Hamburg, Altona. Und dann besuchen wir noch Sleepwalkers Oma. Denn wir müssen weiterfahren. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Da ist der erste Flash, Flash Teil 1 im großen Stadion in St. Pauli. Und ich bin nicht faul wie irgendein Vieh. Ich bin Reno, ich bin jetzt draußen, wieder Haus wie IT. Das war Mixery Raw Deluxe, live am Start. Und der Wagen ist geil, das habe ich euch schon gesagt. Yo, yo, check das aus. Das war's. Boom, BD, bye.